Wenn Strom zum Jahresanfang teurer wird, dann gibt es immer Ärger, aber diesmal besonders heftigen, denn die Konzerne machen die erneuerbaren Energien verantwortlich für die Preisgestaltung und die Preissteigerung. Das fordert den Widerstand heraus. Klar, Ökostrom zu fördern, das kostet erstmal Geld, das ist unbestritten. Andererseits können die Konzerne aus anderen Quellen wesentlich billiger Energie einkaufen als noch vor zwei Jahren. Was wäre also unterm Strich ein fairer Strompreis? Die Antwort hängt davon ab, wer wie rechnet. Rechnen sollen auf jeden Fall die Kunden. Norbert Hahn über einen Streit mit Folgen. Wer weiß, was mit dem Kaffeepreis im neuen Jahr passiert. Der Strompreis wird für Joachim Hoff erstmal sogar günstiger. Die Familie hat den Anbieter gewechselt. Plötzlich kommt nicht nur der gewünschte Ökostrom aus der Steckdose, der neue Lieferant ist auch noch billiger. Wir sind froh, dass wir jetzt gewechselt haben und uns so ein bisschen aus dieser Schraube herausdrehen konnten und eigentlich ein besseres Gefühl dabei jetzt auch haben. Eine Ausnahme. Wohl jeder zweite Bundesbürger wird ab Januar mehr für die Kilowattstunde zahlen müssen. Durchschnittlich gut sieben Prozent, vereinzelt sogar bis fast 20 Prozent. Die Preisspirale dreht sich weiter für Haushalte und Gewerbe. Allein für die Unternehmen haben sich die Preise für die Kilowattstunde in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Den Privathaushalten, die ohnehin höhere Preise zahlen, erging es kaum besser. Dabei haben die vier großen Stromkonzerne im laufenden Jahr prima verdient. 30 Milliarden Euro, so viel wie nie, rechnet eine Studie der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen vor. Ihr Mitverfasser glaubt an Abzocke. Den Stromkonzerne ist ganz konkret vorzuwerfen, dass sie Preiserhöhungen durchführen, dafür auch Argumente anführen, während Preissenkungen, die in Anbetracht der Kostenentwicklung insbesondere auf dem Beschaffungsmarkt der letzten Jahre stattgefunden haben, nicht an die Verbraucher weitergeben, sondern die werden schlichtweg geschlabbert. Der Ökostrom treibe den Preis, sagen die Energieerzeuger. Denn gefördert werde er mit einer Umlage, die mit der Stromrechnung kassiert wird. Und die steige eben. Es wird gestritten. Zum 1. Januar werden die Strompreise insbesondere deshalb steigen, weil wir gestiegene Belastungen aus den Erneuerbaren-Energien-Gesetz haben. Ein Beispiel hier. Ein Drei-Personen-Haushalt zahlt im nächsten Jahr pro Monat 11 Euro statt 6 Euro allein für erneuerbare Energien. Wir hatten deutlich preissenkende Faktoren, zum Beispiel die Preise an der Börse, die deutlich gesunken sind. Das ist leider nicht an die Verbraucher weitergegeben worden. Die Preise hätten eigentlich sinken müssen in den letzten zwei Jahren. In der Summe hätten wir eigentlich stabile Preise, wenn man die Ökostromlage jetzt hinzurechnet. Viele Zahlen, viele Argumente. Für den Verbraucher müsste eigentlich der Preis das Wichtigste sein. Und den kann man ermitteln, vor allem im Internet. Dann ein Mausklick und fertig ist der neue Tarif. Dass den so wenig Kunden suchen, nervt den obersten Stromnetzregulierer schon sehr. Was wir brauchen, sind Verbraucher, die wie in anderen Märkten preissensibler reagieren und sich nicht nur über Strompreiserhöhungen beschweren, sondern auch ihre Möglichkeiten zum Anbieterwechsel richtig nutzen. Schreinermeister Joachim Hof muss sich da nicht angesprochen fühlen. Er ist auch mit seinem Betrieb zu einem anderen Anbieter gewechselt. Der hat auch einen Gewerbetarif, hat einen besseren Preis. Nur Atomstrom, den hat er nicht. Die Preispolitik der großen Stromkonzerne kommentiert jetzt Michael Zeiss vom Südwestrundfunk. Alle Jahre wieder, die Stromkonzerne greifen zu. Der Verbraucher zahlt die Zeche, der Strom wird teurer, bis zu 20 Prozent. Und immer wieder dasselbe Spielchen. Schuld seien die höheren Kosten, der böse Umweltschutz sei die Umlage, mit der die Stromkunden die Förderung erneuerbarer Energien bezahlen. Doch die Preispolitik der Strommultis ist, gelinde gesagt, ziemlich eigenwillig. Marktbeherrschung nennt man das, was die großen vier Anbieter da treiben. E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall besitzen rund 80 Prozent der Kraftwerkskapazitäten in Deutschland. Was sie weitlich ausnutzen. Obwohl die Strompreise an den Börsen gefallen sind und damit die Einkaufskosten für die Konzerne, geht's für den Verbraucher immer weiter aufwärts. Und da war doch noch etwas. Die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Damit die Energieversorgung sicher bleibt und vor allem billiger Atomstrom produziert werden kann. Sicher sind wohl nur die fetten Gewinne der Konzerne. Für den Verbraucher bleibt nur die Flucht. Öfter mal den Lieferanten wechseln. Denn Wettbewerb belebt das Geschäft zum Nutzen der Nachfrage. Aber aufpassen. Der Tarifdschungel in der Strombranche ist oft nur schwer zu durchschauen. Die Verbraucherzentralen helfen. Und es gilt, ein bisschen die Faulheit zu überwinden. Aber wir Deutschen sind doch die wahren Schnäppchenjäger. Nur beim Strom lassen wir uns über den Tisch ziehen. Das muss ein Ende haben. Michael Zeiss kommentierte.